Das natürlich verrechnen lassen am Schalter. Adelaide Rose, auf die warten wir noch. Adelaide Rose muss noch in die Box. Programm Nummer 4, dritt von Josef Beukro, 148 zu 10, Außenseiter. Vier in der Box, Adelaide Rose noch draußen. Durch den Nichtstarter jetzt, veränderter Wettmarkt, 19 zu 10, auf die 5, auf Exceed My Budget, 22 auf die 3, auf Nossa. Vier fehlt nicht, jetzt sieht es gut aus. Die letzte Hälfte, Adelaide ist drin, jetzt ist auch Rose drin. Adelaide Rose, komplett in der Box. Das Quintett ist startklar. Ohne die 7, das BBAG, goldene Peitsche von Bad Obran Rennen ist gestartet. Guter Start in der Gegenseite von Nossa, auch Exceed My Budget gut raus. Dahinter ist Adelaide Rose an dritter Position. Drei fehligen Abstand bis zu Scheng und Marcelo an letzter Position. Flotter Takt, der hier angeschlagen wird, vorne von den Gelben. So geht es bergauf mit Nossa an der Spitze. Nossa und Daniele Porku bringt die anderen vier Kandidaten in den Schlussbogen hinein. Dahinter sehen wir Exceed My Budget an zweiter Position vor Adelaide Rose an dritter Stelle. Die drei sind ganz dicht beieinander. Dann eine größere Lücke bis zu Scheng an vierter Position und der gleiche Abstand bis zu Marcelo an letzter Stelle. So sind die Pferdeausgangs des Vorderbollheger Bogens zu sehen. Noch circa 600 Meter bis zum Ziel und Nossa ist voraus. Nossa führt vor Exceed My Budget und Adelaide Rose dahinter. Mit Anschluss an die beiden Vorderinnen, dann Scheng auf dem Weg nach vorne. Letzter ist Marcelo. 400 Meter noch bis zum Ziel, Nossa ist vorn. Jetzt auf die 300 Meter Marke zu und den Berg hinauf Nossa mit Daniele Porku vor Adelaide Rose. Dahinter kommt Scheng auf Platz drei, vorne aber Nossa. Noch 200 Meter bis zum Ziel, Nossa vor Adelaide Rose und Scheng kommt hier mal näher. Innen sehen wir Nossa voraus mit einem deutlichen Erfolg im BBAG-Goldene Peitsche von Bad Doberan Rennen. Nossa gewinnt die drei vor Schengen. Dritter ist Adelaide Rose. Dann Abstand bis zu Exceed My Budget und letzter ist Marcelo. Oh. Amen. Adelaide Rose dahinter mit Anschluss an die beiden Vorderinnen, dann Scheng auf dem Weg nach vorne. Letzter ist Marcelo. 400 Meter noch bis zum Ziel. Und hier die vorläufige Dreier bitte zum fünften des Tages zum BBAG. Goldene Peitsche von Bad Doberan rennen über 1200 Meter. Bei den Youngstern setzt sich durch die Programm Nummer 3 Nossa unter Daniele Porku. Auf dem zweiten Rang die Programm Nummer 1 Scheng unter André Best. Und auf dem dritten Platz die Programm Nummer 4 Adelaide Rose unter Josef Bojko. Vorläufig zum fünften Rennen die 3 vor der 1 und der 4.